Die Rettige Schräge des Vize-Europameisters aus dem Feuer. Dann machen wir den Rot-Weiß-Karripp-Karripp-Karripp-Karripp zu verwechseln. Jetzt geht er noch einmal bei der Olympischen Spielen. Dann geht er noch einmal bei der Olympische Spielen. Dann wird einer in der Olympischen Spielen geöffnet. Und auch 16 bewältigt. Und die zweite Zwischenzeit, was sagt uns die Tom? Die sagt uns, dass er sechs Sekunden vorne liegt. 54, 34. Also der legt da gleich mal gewaltig was hin. Seid mal, Herr Hans aus Spanien. Seid mal, Herr Hans aus Spanien. Und wahrscheinlich erleben wir eine neue Bestzeit. 91, 47 geht es da zu schlagen und das gelingt mit 86. Und das ist ein sehr, 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 sehr. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.